Viele Menschen haben Angst vor der Europäischen Union. Sie sei viel zu komplex, viel zu kompliziert sind die Begriffe, sind die Institutionen, ja gar dann die über 19.000 Rechtsnormen. Aber ist die Europäische Union wirklich so kompliziert? Funktioniert sie so komplex? Wie schaut denn Ihr politisches System aus? Kommen Sie mit und hören Sie, was Hubert Isak und Klaus Bäuer über die europäischen Institutionen und über das europäische System zu sagen haben. Sie werden die Komplexität der Europäischen Union entwirren.